So muss ich leider anfangen. Diese Folge mit einem drastischen Tod. Ja, wir sind verhungert. Im Endeffekt geht im Endeffekt jetzt wieder zu sammeln. Jetzt haben wir alles mit. Jetzt nehmen wir uns auch wieder mit. So. Das ist ein Sommer auf jeden Fall. Das sieht gerade nicht so aus, aber das werden wir schon glauben. Es ist mitten in der Nacht. Schauen wir mal. Da sind wir unten zum Lootin. Im Hintergrund hoffentlich darf man es nicht allzu lauter machen. Kleiner spielt im Nebenraum. Die Tür ist offen. Sie wollen unbedingt da vor der Tür spielen. Und wenn die Tür zu ist, wird sie nicht. Kleinkinder. Aber gut. So. So. Au. So. 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 Okay. Schauen wir mal, was uns jetzt hier wartet. Ich bin jetzt zwischendurch vielleicht ein bisschen stumm, wenn ich nicht denke, es könnte lauter sein da draußen. So eine kleine Siedlung, dann schauen wir mal, was wir hier finden werden. Okay. Eisen. Ich brauche mir nämlich lieber dasselbe nochmal zusammen dann. Ich brauche uns halt ein bisschen teures, aber... Okay. 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 Wir haben hier ja schon mal. Ich weiß nicht, ob wir in dem Haus jetzt waren. Dann.. Ich nehm mich nicht! Wir haben so ein Bisschen für mich hier. Oh, Deidre. Deidre. Anders auch nicht zum Beispiel. Uns hat leider wirklich eine Klinge in der Sun. Stört mich doch an und fühl sich jetzt nicht so. Das macht ja mehr Aua als ein Zombie. Okay. Was ist denn eigentlich wichtig? Dann komm ich da auf. Wie finde ich es? Dann hab ich die einen Ereignen. Wie ist ja? Haben wir überlebt? Ich würde jetzt immer gerne da vorne in das Haus reingehen. 10 Motivation. 10 Motivation. 10 Motivation. 10 Motivation. 10 Motivation. 10 Motivation. Nehmen wir halt da mal mit. Wir können dann auch immer schauen, was wir nicht brauchen. Ich weiß zum Beispiel auch noch nicht, wenn man Plastik bekommt. Hm. Den können wir da lassen. Den können wir da lassen. Ich weiß nicht, eine Zeitschrift brauchen wir auch nicht. Ich glaube da haben wir eine. Ja. Kann ich nochmal verwenden? Ja. 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 Ah, warte mal, ich habe ja eine andere Idee. Habe ich da auch einen Platz? Und Stahn noch. Einen Stein, der unseren Namen trägt. Stammesser? So, dann werden wir schon weiter lüten. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Da war man gar nicht suspekt. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Ist das auf jeden Fall, dass ich da auch drinnen bin? Okay, hier haben wir E. Ich bin von mir. Gut, da können wir zum Beispiel einnehmen. Was? Ich bin von mir. 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 Belezen. Ich bin von mir. Ich bin von mir. Was ist das? kann man auch noch anschieben wochen kommt ja eh von der laden das war's mit der folge wir sehen uns beim nächsten mal schauen wir mal wo es uns dann hin verschlägt vielleicht ist dann wirklich mal zum händler durch